was genau mein freund und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren reaktionsvideo heute reagieren wir auf das video what if the entire world was ein ozean ähm ja ähm das ist von comment 18 also ich frage warum ich auf dieses video reagiere ein youtuber hat einfach mal auf comment 18 reagiert deswegen hätte ich gedacht reagiere auf mal irgendein video von ihm haben nicht gewusst was für ein cis bei dem youtuber da aber ja ich reagiere einfach mal auf das video what if the entire world was ocean es ist von minecraft er macht nämlich nur minecraft videos ja aber ich würde sagen gestanden sofort minecraft but the world is an ocean okay i'm setting world type to single biome and ocean what it says i'm in an ocean i guess i'll get a tree oh there's a ruined portal where's the chest there's literally no chest what is this whoa well my only goal is to find diamonds i think i'll go into the actual ocean because there's a shipwreck oh there's an ocean ruin chest right here empty map why would i want that oh two tridents please tell me this has something good that's a lot of iron oh i guess i'll keep going oh no it's becoming night and i'm completely stranded here's an ocean ruin can these even have diamonds oh i guess there's only one way to find out did i share a trident ow okay i'm out of here don't hit me okay i'm fine kinda why is there no land okay i found some land okay finally i'm here i probably can make an iron pickaxe to maybe i can fight in ocean cave somewhere oh okay i'm drowning oh magma is it all gonna be water oh my diamond level oh diamonds easy oh naja magge von der hat ein erztenziel geschafft okay gut leute dann was auf jeden fall schon mit dem heutigen reaktionsvideo wenn sich der andere youtuber hat auch nur auf ein video von kama nachts und reage jetzt aber Leute auf jeden fall würde ich jetzt mal sagen liken und abonnieren dass ich gefallen hat dass ich wieder mal auf ein video von kama nachts reagieren soll das sind nicht so freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.